servus und herzlich willkommen zu einem neuen part hier bei night of the dead wir waren ja das letzte mal beim fischen also in die richtung da vorne beim fischen besser gesagt nicht beim fischen sondern beim einkaufen jetzt sind wir hier ich hoffe dass das eine farm ist ich muss nur mal ganz kurz ja doch verstanden und hier so mal ganz kurz umschalten hier haben wir nämlich auch noch nicht großartig gelootet und noch nicht alle weg gehauen okay da haben wir quasi schon alles was wir brauchen kaninchenpelz und fuchspelz brauchen kaninchenpelz fuchspelz so und dann brauchen wir noch jetzt ist es schon wieder verstellt ich wer noch sperling federn und raben federn sperling federn und raben federn die sind sogar im angebot ja schön so hier haben wir sogar kranich federn das ist ja hervorragend allerdings kostet eine einzige 20 münzen na gut ich nehme jetzt einfach mal für hund ja doch wir können noch mal eine nehmen dann hätten wir jetzt mal fünf kranich federn und können zumindest ein paar aber das ist schon mal ganz gut hier also dass wir hier den verkauf haben für leder und so weiter können wir uns hier direkt mal markieren mache ich das noch mal marke konnte ich da nicht irgendetwas anderes noch machen machen wir machen wir das ding weg ich kann das jetzt ach so ja entschuldigung karte forschen marken setzen vergrößern verkleinern wir haben nicht die dinge noch mal gesetzt nein nicht so wie konnte ich denn bitte hab ach so die musste ich da auswählen ja ist okay leiche box flagge mainmarker teammarker hauptgeschichte nebenquest überlebensquest ach nee das ist zum ein und ausblenden wir waren das noch mal mit dem platzieren von von flacken das ging doch auch irgendwie ich habe das nur vergessen ach so nee da muss ich eine flacke platzieren stimmt ja stimmt ja stimmt ja nicht immer noch bauen ob wir das machen können nee wir brauchen da steine und äste dafür stein erst und stoff und so weiter schauen wir mal werden wir schon finden hier irgendwo ja ja das weiß ich schon aber die haben blöde aufgaben äh t schauen wir mal kann ich jetzt bauen ne mir fehlen immer noch steine und äste ok ich muss halt den stein abbauen hier einfach mal mit der hackspitze hier drauf so ist der kümmern eigentlich hier gut kann ich jetzt alleine wir fehlen immer noch steine äh nimm mal nein so habe ich jetzt noch zwei er wohl zwei kleine steine habe ich noch dann können wir nämlich jetzt eine flacke platzieren und dann kann ich mir ja jedes mal an markern mit den federn bei mir geht es jetzt ehrlich gesagt um die federn so wichter mit wichter mit ändern flacke hier das sind sogar federn federn und leder machen wir dann auch gleich ist ja egal ähm keine ahnung das machen wir jetzt einfach schwarz genau machen wir einfach schwarz wunderbar das passt doch das taucht doch ist doch gut passt taucht ist gut so weiter geht's im journal so die haben wir wir haben gedächtnis plus eins bekommen doch wieder zusammenbau erhalten ausrüstung ah ok wir müssen da solche sachen machen an der an der werkbank ähm hier haben wir stecker kaufen elektronisches kabel kaufen warum soll ich das kaufen mensch das kann ich doch alles herstellen das könnte jetzt so sein dass wir da wo wir ähm das letzte mal die Dingsis gekauft haben die Sensoren da habe ich natürlich das Cola getrunken umsonst dass wir da eben auch Stecker und sowas kaufen können das machen wir jetzt einfach mal wir haben bloß immer so viel Geld ne also bei diesen Einkäufen geht echt viel Geld drauf muss ich sagen umso mehr müssen wir natürlich looten ist ja klar vielleicht auch mal schauen was ich vielleicht an anderen Sachen verarbeiten kann mir fällt jetzt gerade ein ich hoffe nicht dass ich die Knochen zerlegt habe und ähm hätte die vielleicht irgendwie verarbeiten können oder sowas okay Kabel ähm Kabel und Stecker 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 und was noch das ist schon wieder weg ach so 20 jeweils ach du Kacke ähm okay dann brauchen wir noch 17 Stecker warum muss ich das Zeug kaufen das reicht noch nicht ne wo seid ihr 15 18 so Kabel müssen wir auch noch kaufen und einmal Stecker fehlt noch ja ist okay hey angreifen Wurfmesser auf den Zombie und angreifen Speer auf den Zombie ähm das heißt aber dass ich das Zeug ja dann herstellen muss ne handgemacht ähm Speer machen wir halt einfach mal die 8 Stück und Wurfmesser da sollen wir auch auf Zombies werfen da haben wir nur ein Eisen jetzt gerade schauen wir uns halt hier mal um wir rennen bestimmt noch ein paar umeinander ja ja wir fahren nur ein kleines Stück Ella wir fahren nur ein kleines Stück hier vor fahren wir da vor da fahren wir hinter da müssen glaube ich auf jeden Fall noch welche sein naja ein Bärchen ein Bärchen ah ja oh man ist das bescheuert ist das bescheuert warte mal voll zwischen die Beine Aua würde ich da mal sagen ähm drei na toll oh man oh man ja das ist jetzt echt blöd ne nochmal dann nehmen wir mal die okay aber ich kann ja die Sachen wieder aufheben ne wenn die da irgendwo rumstecken das könnte ich eigentlich da auch mal schauen weil da liegen ja auch noch welche ne brauche ja gar nicht so viele herstellen der da vorne der hat ja auch einen abbekommen macht jetzt auch irgendwie Laune da mal mit diesen Dingern rum zu rennen Ella ähm du musst mir allerdings Rückendeckung bieten hier ah wo ist er wo ist er wo ist er ach da drin ist noch einer ach Mist ja damit Miner lass mal gucken ah oh man das braucht einfach ne ganze Zeit lang bis das dann ähm alles nehmen bis ich werfe das ist ein wenig komisch ja ja schnaufen natürlich das passt mir schon wir arbeiten uns jetzt dann äh loot mäßig von oben nach unten einfach mal durch naja gut ich behalte einfach mal das in der Hand wenn ich keine mehr habe dann stelle ich mal wieder welche her bevor ich da lang rumsuche ne aber hauptsache wir kriegen vielleicht die Quest auch weg irgendwann müssen wir sie ja mal machen oder möchte ich sie auch mal machen da geht es mir ja hauptsächlich immer um die Punkte das ist klar ne die wir da nochmal zusätzlich bekommen die uns natürlich immer einen Vorteil verschaffen in dem Fall ist es in dem Fall ist es Interaktion Kiosk was ist das für eine Quest werfen und zurückholen angreifen wurfen ist ein Zombie ja das ist in Ordnung okay da ist nichts können wir wieder raus Ella du bist am stöhnen hier was ist denn los Ella ich glaube da müssen wir mal da drüben in das Kaufhaus rein da ist es glaube ich besser weil das sind auf jedem Stockwerk auf jeden Fall einiger und da kann ich dann auch dementsprechend das habe ich schon alles kann ich dementsprechend auch viele abwerfen dann oder besser gesagt halt öfters werfen Nägelzeile, Gummi, Eisenplatten, Sicherungen Kupferdraht halt oh ist das ein Waffending da drüben das könnte sein ja da werden wir mal ähm auch einige Sachen an Büchern zerlegen und so weiter deswegen ist es jetzt auch ganz gut dass ich trotzdem noch weiterhin das Forschungsmaterial gesammelt habe weil da können wir immerhin dann auch diese Verkaufsdinger da zusammenbasteln ne du gehst verkehrt da müssen wir weiter das ist unten kann ich jetzt Stück Eisen einstecken oder nicht doch hier ein Stück Eisen ne toll dabei ich würde nämlich gerne noch ein paar von den Wurfdingern machen dann brauche ich das Zeug nicht extra einsammeln da kriegen wir auf jeden Fall ein Stück Eisen raus aus der Mülltonne vier Stück Eisen sogar da unten stehen auch noch Autos die wir machen können dann könnte ich jetzt mal schnell Handgemacht Wurfmesser machen wir einfach mal alle und da brauche ich dann S na gut aber ich habe jetzt jedenfalls 29 von den Pfeilen äh von den Dingen hier einstecken das heißt ich kann da auch ein paar Mal daneben werfen ohne Probleme so nur noch unten Erdgeschoss dann gehen wir mal da drüben ins Kaufhaus machen wir mal nochmal ein bisschen mehr Shoppingbummel erschreckt mich halt nicht so Ella weil ich muss halt die ich muss halt die Viecher da treffen ne das ist das Problem und wenn Ella die mir wegschießt dann habe ich da ja eigentlich fast keine Chance so Plastik ist auf jeden Fall immer gut das haben wir schon öfters festgestellt er wolle auch nochmal ein Stück Eisen dann kann ich mir gleich nochmal welche machen dann da wäre es halt auch schön wenn man Diplomarbeiten finden würde da steht nichts aber da ist was da denkst du in einem Moment dran dass du alle Stöcke und so weiter und Äste und sowas weiter wegwerfst und dann brauchst du das Zeug plötzlich das nehmen wir mit ich weiß nicht wie das mit dem Speer ist ob der auch zählt könnte ich aber auf jeden Fall mal machen die anderen Sachen würde ich jetzt einfach mal sein lassen bringt uns ja nichts naja Material bringt es uns ja Außentür wir sammeln ja auch ein bisschen Patronen dabei ne das ist ja auch nicht schlecht ähm 7 bitte die Bären wollte ich jetzt nicht unbedingt ähm beim Wurfstern machen äh jetzt musst du allerdings die Dinge wieder in die Hand nehmen weil die habe ich ja jetzt nicht unten obwohl ich könnte die auch erst einmal hier auf die 3 und auf die auf die 4 legen wäre zumindest mal etwas ich kann die ja dann später wieder wechseln der hat uns verfolgt der Bären ein Beutelchen manche Sachen interessieren mich eigentlich gar nicht aber das jetzt immer auszusortieren dann nehme ich jetzt halt einfach lieber alles mit und sortiere es dann später wenn wir mal voll sind halt daraus so würde ich sagen wir zerlegen auf jeden Fall noch ein bisschen aber dann gehen wir hier drüben rein ich glaube das ist nämlich ein Kaufmarkt oder irgend sowas erst einmal noch ein wenig das Zeug zerlegen dann kann ich mir nochmal ein paar von den Dingsis herstellen von den Wurfsternen dann haben wir auf jeden Fall genug ja das ist irgendwie so ein das ist so eine Kaufbude oder sowas jetzt müssen wir nur noch den Eingang finden ah da warte mal mach mal dein your lamp an da würde ich sagen gehen wir erst einmal durch und looten dann auch wieder von oben nach unten wenn es hier überhaupt irgendwo nach oben geht aber ich denke schon also damit musste ich lernen ach nö aber ist ja gut sie beschützt mich ja insofern passt quasi auf mich auf dass ich störungsfrei werfen kann Münzen ja zumindest drei und wenn ich dann loslasse dann ist er auch schon tot das dumme ist dass man da nicht richtig zielen kann weil die bewegen sich ja auch und wenn man dann wirft dann sind sie im Grunde ist ja auch wieder vorbei so Hand gemacht Wurfmesser ach ist wurscht wir haben so viele von den Dingen ja kannst du wenn du willst überall werfe ich die Dinger hin aber nicht auf die Zombies ne so da ist eine Tür die brauchen wir nicht aufmachen oh hab ich da ja doch die hab ich Ella jetzt geh halt mal weg ey das kann ja wohl nicht sein das war ja im letzten Part auch schon ne da hat sie sich ständig mir im Weg gestellt und ich kam nicht an ihr vorbei ne die ist wie ein Fels in der Brandung das ist Wahnsinn da muss ich mal gucken ob ich das ne zerlegen kann ich ja nichts das ist ja das Blöde da brauche ich wieder irgendwie eine Werkbank oder so weil ich ja Äste brauche für die für die Speere und jetzt mache ich erst einmal die Wurfmesser da brauchen wir auch nur noch drei Zombies zu treffen im Grunde ist es ja wenn ich sie dann treffe ich höre dir doch gar nicht zu Ella schauen wir mal ob ich die jetzt treffe oh Mann ich hätte die bloß noch einmal treffen müssen ah wir machen aber mehr Schaden als man glaubt ne ok ok dann gehen wir mal auf die vier wir sammeln hier mal alles ein die Wurfsterne kann ich ja dann auch Ella geben die kann die dann verballern die muss ja auch nicht einsammeln ja das müsste jetzt halt hier so ein Diplombuch sein oder sowas das wäre nicht schlecht Entschuldigung meine Erinnerung gerade gestellt dass ich weg muss wie halt so häufig dann gibt es hier keine also mir sind jetzt keine Treppen aufgefallen die habe ich anscheinend nicht komplett übersehen oder es gibt tatsächlich keine aber da drüben ist eine achso ne das ist ein Fernseher ich habe jetzt gedacht das wäre so eine Spulenbox da ist nochmal ein Schrank aber die da habe ich noch nicht und den nochmal drauf ach ja warum sollte da auch das Glück mir Holz sein und ich finde hier rote Sachen das wird jetzt langsam dann ein wenig kneppelig das Inventar ist voll alles klar schauen wir mal ach doch wir könnten doch eine Werkbank hierher bauen oder können wir doch machen ich habe einen Maschinentisch was brauche ich denn für dich achso für dich brauche ich dann die Dinger ja ok dann machen wir einen Maschinentisch sollte ja eigentlich egal sein ich stelle den einfach mal daher so zerlegen gucken wir mal ähm Klemme kann ich auf jeden Fall zerlegen Knüffelgriff auch das da auch das da brauche ich für meine ähm für meine Bulg oder wie es hier heißt die Eisenhalskette das Holzschild Baseballschläger ja komm ich tu den Speer auch weg weil das ist ein Quatsch wenn ich jetzt dann zweierlei Speere habe die Eisen ähm die Sterne kann man ja nicht zerlegen das da können wir zerlegen wir können gleich die Poesie zerlegen das können wir zerlegen das können wir zerlegen das da Motoröl ähm Kalkstein ist kleiner Stein Stein ist kleiner Stein Zementsiegel weil nochmal Zement geht zu Kalkstein Kalkstein ok dann machen wir das weil dann Stab stapelt sich das nämlich wieder dann können wir das da machen einmal Schießpulver Holzbretter auch nochmal Holzbretter können wir zu Baumstämmen verarbeiten Stahlstangen machen wir mal weg die Eisenplatten machen wir weg dann machen wir lieber alles Eisen ähm alles was irgendwie ist machen wir dann zu Kleinzeug weil da die stacken ein bisschen höher ähm das da ist wegwerfen wegwerfen Tierfett wegwerfen ähm Seile können wir wegwerfen wir haben echt sehr viele Seile wir haben ja hier noch welche ähm passt zerlegen Kupferdraht könnte man in Kupferbaring umwandeln weil das können wir ja jederzeit auch wieder in Dingsi zerlegen ne Stoffe lasse ich Plastik und Gummi könnte ich beides in Harz zerlegen aber warte mal wir machen das da noch das sind wieder die die Zellen brauche ich auch nicht die Stecker die braucht man nicht unbedingt die können wir auch wieder herstellen Sicherungen können wir zerlegen Eisenplatten zerlegen das da zerlegen nochmal Eisenplatten äh halt zerlegen wir sortieren hier nochmal Felle, Federn, Fische und so weiter das lasse ich erst einmal alles Samen brauchen wir definitiv dann hätten wir das erst einmal das den kann ich stehen lassen weil es mir egal ist euch kann ich noch mit einstecken euch zerlege ich dann später ne warte mal das zerlege ich ähm einmal die 8 bitte einmal zerlegen so dann einmal bitte die äh 4 genau dann tue ich mal hier wieder die Rebellion drauf und dann passt doch so jawohl mein Nachbar räumt wieder irgendwas um aber immer schön sammeln ne alles was wir an Material rein kriegen ist gut und ne Eisenplatte vergessen halt hab ich euch schon? ja euch hab ich schon ok dann schauen wir mal ich hätte mir jetzt hier mehr erwartet tatsächlich so das Moped steht da da liegt noch Zeug rum was wir auch dann noch später zerlegen können oder beim nächsten Mal besser gesagt dann könnte ich hier mal noch ganz kurz ein paar Äste mir holen und dann können wir nämlich dann noch ein paar Sperre machen und dann haben wir beim nächsten Mal ein paar Sperre und dann kann ich an der Quest weiter arbeiten das ist doch gut so schauen wir mal hat gemacht Sperre alles bitte Dankeschön so damit habe ich jetzt halt auf jeden Fall 46 Sperre das sollte doch klappen dass ich dann noch sechs von diesen Zombies treffe meine Güte ok dann soll es jetzt für heute gewesen sein ich hoffe wirklich sehr dass euch der Part heute gefallen hat lasst ein Like da schreibt was in die Kommentare nicht vergessen ein Abo da zu lassen dass ihr keinen Part mehr verpasst und ich wünsche euch ansonsten einen wunderschönen Tag schönen Abend schönes Wochenende oder was auch immer machts gut Ciao Ciao